Ich muss mich jetzt aufs Schlagzeugen konzentrieren, das ist halt ... Boah, super. Oh, shit! Das ist heftig. Überleg dir schnell eine Melodie, ich pegel das so lange. Ich kann mir keine Melodie ausdenken, ich werd das so zerkatten, Bruder. Das kommt mies, nice. Ich musste ja so richtig von heute auf morgen mit meinem alten Leben abschließen. Das Konzept hinterm Frauenhaus ist ja fast ein bisschen so Zeugenschutzprogramm. Über meinen heutigen Gast kann ich nichts Gutes sagen, was nicht andere schon tausendmal gesagt haben. Denn er ist in allen möglichen Camps und Lager unterwegs akzeptiert, anerkannt von den verschiedensten Leuten. Vor ungefähr zehn Jahren ein Major-Deal unterschrieben. Danach ohne Deal in verschiedensten Nebenjobs in Berlin unterwegs. Heute ist aber bei uns einer der talentiertesten Producer und Rapper unserer Zeit. A zum J. Was geht ab? Alles gut? Ich war ein bisschen bei dem Anfang, war ich so ... Jetzt wirst du gefickt. Ah, okay, in die Richtung geht das heute. Nee, aber alles gut. Dann hast du mir das Herz wieder erwärmt. Ja, ich liebe die Haare. Dankeschön. Das macht automatisch, das zaubert mir so ein Lächeln ins Gesicht. Dankeschön, dankeschön. Ja, sehr viel Zeit und Arbeit steckt da drinnen. Er hat hier gerade, das habt ihr nicht gesehen, so eine Chanel-Lippen-Balsam. Dann hat er irgendwie noch so Handcremes. Du hast noch irgendwas anderes irgendwo dich mit eingesprüht. Dann hast du hier so ein Brillenetui auf den Tisch gelegt. Alter, du bist richtig vorbereitet. Du hättest heute Morgen gesehen sollen, als ich mein Gesicht gewaschen habe. Das, da hört's auf. Hast du diese Pharrell-Line, wo da auch so sieben ... Ernsthaft, hast du die? Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass die Pharrell-Line tatsächlich nur einen kleinen Teil ausmacht meiner Routine, dann ... Ich hab da ja noch mehr Sachen drinnen, so Vitamin C-Öl. Und es ist schon ein bisschen ausgeartet dieses Jahr. Du siehst aber auch fantastisch aus. Dankeschön. Wirklich. Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Deine Augenringe gegen meine, das sind Welten. Und du bist auch, ich zitiere, bis Mitternacht unterwegs auf der Suche nach der perfekten Snare. Dir sieht man das aber nicht an. Ja, ich muss aber auch sagen, A, Skincare-Routine, und ich hab's auch ein bisschen überschminkt. Okay, krass. Deswegen ist ... Rieses Vorteil hier. It is what it is. Ich geh bis zu. Und ich muss auch sagen, zu diesem Chanel-Lippen-Balsam, ja, das hab ich auch nur durch Pharrell, ne, der hat irgendwann mal gesagt, wie man seine Haut zu pflegen hat und so. Und dann hat er dieses Chanel-Ding da rausgeholt. Und ich war so, ey, wenn Pharrell Chanel für seine Lippen benutzt, dann muss das schon richtig sein. Das ist wirklich so ein bisschen das Ding, dass wenn ich mich selber schon wie ein Mülleimer irgendwie fühle, mit allem, meiner Haut, meinem Essen, Bauch, bla, und dann auch noch mit dem, was draußen ist, boah, dann kickt das alles rein. Genau, innen und außen, überall halt ballert's auf dich rein. Und zieht runter. Ich will auf jeden Fall erst mal Sounds machen, die ich sehr oft hier gehört habe. Zwei Jahre lang. Okay, jetzt muss auf jeden Fall ... Ist da der Bar wahrscheinlich da? Ja, das hab ich einige gehört. Wir sind hier im Café Ahorn. Ein Café, in dem ich gejobbt habe nach meinem Album, was gejobbt ist, zumindest sagt man sich das so in der Industrie. Soll ich dir zeigen, dass ich's noch kann? Warum du das noch kann? Also die Frage ist, ob du das jemals konntest. Warte mal, das ist aber eine andere Maschine. Die Klippe sind die gleichen. Jetzt wird's wieder zurückgerudert. Nee, 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 nee. Ich rudere hier gar nicht zurück, mein Freund. Ich bin heute mit Lev hier. Also wir sind so seit wir 15, 16, so eigentlich parallel zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, waren wir so echt beste Freunde. Seit, keine Ahnung, seit er zehn, ist elf oder so, hat er so Klavierunterricht gehabt. Und da hab ich ihm so ein bisschen gezeigt, wie man so mit FL Studio umgeht und so ein bisschen produziert. Und dann hat er sich das selbst runtergeladen und innerhalb kürzester Zeit war der besser als ich. Ich war dann so, fuck, warum bist du denn besser als ich auf einmal? Ey, ich find, ich find Ellens Entwicklung überkrass dafür, dass er theoretisch kein Instrument spielt und nicht aus dieser klassischen Musik-Ecke kommt oder sowas. Einfach nur durch Gehör und Gefühl. Das echt ziemlich krass macht. Und das find ich immer sehr beeindruckend. So, warte, warte. So leise, Bruder. Ich schwör, meine Ketten klimpern lauter, Bruder. Oh, sorry, Alter. Der Mann hat Ketten. Ich hab nur die gerade gehört. Kurz nebenbei er seine Ketten erwähnt, die lauter klimpern als alles andere hier. Nicht schlecht, Digga. Ich find das heftig. Komm. Super, super. Man kann das natürlich auch als Drumroll verwenden, ne? So einfach irgendwo so kurz krrrrrr. So durchgängig ist das wahrscheinlich fast zu viel, der Sound. Ich mach mal so ganz rudimentär mal so einen Rhythmus schon mal. Okay, der Sound funktioniert auf jeden Fall zu Drumroll. So, ich werd den Sound jetzt tatsächlich... Geil, du kannst aus einer bearbeitenden Datei direkt einen neuen Kanal machen. Die meisten, die ich gesehen habe bisher bei euch, die waren dann schon so Mellow-Eher-Sachen. Das war eher so, auch bei Tani und Tua, Chords und trotzdem ja Musik, blöd gesagt. Das ist ja jetzt gerade Lärm. Ich mag auch den Star. Ich mag auch dieses Yeezus-mäßige. Dann lässt's gut. Dreh durch. Heute mal was machen wir, was nur nervt. Geil. So, natürlich, wenn man der schlechteste Keyboard aller Zeiten ist, quantisieren wir. Ich hab keine Ahnung von... Also ich spiel immer mies verzockt. Aber spielst du auch dann manchmal so Heiz und so händisch ein und lässt sie genauso, wie du sie eingespielt hast, dann ein bisschen... Es kommt mies auf den Song drauf. Was für drei Gedanken hattest du zum Beispiel heute, bevor du hierher gekommen bist? Bloß nicht verkacken. Ganz, ganz, ganz oben so. Also wirklich abliefern können, weil die Gäste, die ihr hier hattet, haben halt alle abgeliefert. Dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich 20 Minuten zu spät war. Und mein anderer Gedanke war tatsächlich, geil wieder in Hamburg zu sein. Mhm. Also das war eigentlich das Hauptgefühl und das eigentlich allererste Gefühl war, geil wieder in Hamburg zu sein. Ich hör auch immer ein bestimmtes Album, wenn ich hier bin. Echt? Ja. Sag mal. Kanye Graduation. Ah, okay. Das ist so mein... Ich weiß gar nicht warum, aber das ist so mein Hamburg-Album gefühlt. Jetzt so per se die Viertel, wo ich halt irgendwie dann so gelebt habe und groß geworden bin und so, waren jetzt nicht geil. Aber das ist genau das, ne? Ich empfinde es selbst nicht als Ghetto-Ghetto. Also ich bin jetzt kein Straßenjunge gewesen oder so und hab auch jetzt nicht wirklich Scheiße gebaut. Aber die Voraussetzungen sind da auf jeden Fall gegeben, ne? Die waren da, aber es war nie so, dass ich da selbst den Drang dazu hatte, irgendwie Kacke zu bauen und so. Weil es auch so ein bisschen familientechnisch ist es einfach so, da ist genug Scheiße passiert, sag ich mal, als dass ich das jetzt nicht unbedingt selber wollte, ne? Und wenn dann halt einfach schon du das von deiner Familie oft genug irgendwie hattest, dass mal Polizei vor der Tür steht und so wolltest jetzt, war es bei mir zumindest so dies, will ich jetzt nicht, dass die Polizei auch noch meinetwegen kommt. Als sich meine Eltern getrennt haben, bin ich mit meiner Mutter erstmal in ein Frauenhaus so gezogen und das war dann mitten in der Stadt und ich musste ja so richtig von heute auf morgen mit meinem alten Leben abschließen, ne? Weil das Konzept hinterm Frauenhaus ist ja so fast ein bisschen so Zeugenschutzprogramm-mäßig, ne? Du darfst dann ja auch nicht mehr zu deinen alten Freunden Kontakt haben. Echt? Ja, ja. Du auch? Ja, ja. Ach, krass. Auf jeden Fall. Also ich wurde von einem Tag auf den anderen von meiner Mama so aus der Schule abgeholt und dann hat sie mir die Entscheidung trotzdem gelassen, war so, hey, du kannst hier jetzt mit mir wohnen in diesem Zimmer da in diesem Frauenhaus oder kannst halt zurück so. Aber du sollst wissen, wenn du dich für mich entscheidest und für das Leben jetzt hier, dann hast du genau das, was du jetzt dabei hast, so, die Klamotten, die du am Leib trägst. Verernsthaft, ja? Ja, so das, was du gerade in deinem Rucksack hast. Wie alt warst du denn da? Neun, acht oder acht. Okay, das peilt man schon. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit fünf, sechs ist es wahrscheinlich noch easy. Ich kann mich auch an alles daran erinnern, so. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, was für ein Wetter war, was meine Mutter hat mir gesagt, wir gehen jetzt Sneaker kaufen, so. Und damit hat sie mich so gelockt quasi. Ich war überrascht, weil ich habe meine Mutter drei Wochen nicht gesehen, weil die war dann so auf einmal da. Und das war so wirklich so ein von heute auf morgen so zack, okay, das Leben ist jetzt ein anderes oder du gehst halt zurück. So, aber wenn ich zurückgehe, dann habe ich halt meine Mutter nicht. Dann bin ich halt nicht mehr mit ihr und ich wollte bei ihr sein. Als ich dann so 18, 19 war, habe ich bei Snipes gearbeitet, hier in der Mönckebergstraße. Wo Michael Jordan mal war, Tiki. Ja, Mann. Tiki, das war als ob Jesus persönlich nach Hamburg gekommen ist. Die Stadt war Ausnahmezustand. Als ich dann da gearbeitet habe, in dem Sneakerladen, war es dann echt so, ich stand so da mitten im Laden, so verkauft. Und dann kam ein Dude rein, gleiches Alter wie ich und überfresh angezogen und wir haben uns sofort erkannt. Und ich gucke ihn so an und bin so, Sascha? Und er ist so, Ellen? Und ich so, krass, Digga, wir haben uns genau seit dem Tag, als ich aus dem Frauenhaus, ins Frauenhaus gebracht wurde von meiner Mom, seit dem Tag nicht gesehen. Also seit zehn Jahren. Zehn Jahre, krass. Also ich war acht, da wurde ich quasi aus dieser Schule rausgenommen. Zehn Jahre später sehe ich ihn dann in diesem Sneakerladen. Und ich habe ihn dann so gefragt, wie war das für dich damals? Und er war so, das war ja mein bester Freund. Und er war so, es war schon krass, weil von einem Tag auf den anderen warst du einfach nicht mehr da. Und keiner konnte mir und uns beantworten, wo du bist. Es war dann auch so, dass irgendwann so ein Brief von meinen Mitschülern so quasi geschrieben wurde, der dann mir gegeben wurde und so etwas. Und von Freunden und bla bla bla. Die haben dann so einen Sammelbrief gemacht quasi mit so ganz vielen, so wie so eine Mappe. Das ist aber lieb, so wir vermissen dich mäßig. Genau, so und das haben die mir dann so geschickt, aber ich konnte ja nicht antworten und bla. Das war dann so, ich war halt weg. Hattest du danach dann wieder Kontakt zu deinem Vater? Ja. Okay. Und mittlerweile auch sehr gut. Okay. Aber du warst sehr lange, sehr viel enger mit deiner Mutter dann auch durch die Bezeit? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch nach wie vor, ist meine Mutter natürlich sehr viel enger für mich so. Aber so mit meinem Vater habe ich mittlerweile echt ein gutes Verhältnis. Merkst du das selber, Lev, dass man so diesen Tick hat, alles wieder auch aufzuräumen? Das war auch, als ich im Sneakerladen gearbeitet habe und dann selber Sneaker einkaufen war. Und dann gesehen habe, wenn so im Display, also da, wo der Schuh halt drauf ist, die Schnürsenkel runterhingen, direkt so gemacht, einfach so Tick. Ich dachte, jetzt erzählst du, wie du selber ins Lager gegangen bist, um die an den Schuh zu holen. Nein, das nicht. Aber meine Freunde damals hatten auch immer so gesagt, wenn wir dann so irgendwo einkaufen waren und ich mache so die Dinger so und ich so, du arbeitest nicht hier, du brauchst doch jetzt nicht aufräumen. Das ist richtig absurd. Ja, ja, safe. So, mal gucken, was wir noch haben. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen herauszufinden, oder ob ich diesen Sound so ein bisschen doppeln kann, weil der alleine natürlich nicht viel macht, ne? Serum. Ja, ist tatsächlich so ein Go-To-Synth bei mir und irgendwie mag ich den sehr gerne. Ich überlege jetzt fast schon, weil ich diesen Hohn eigentlich am geilsten finde. Weißt du, dass der nur so fast wie auch ein Percussion-Element reinkommt. Aber das überlege ich mir gleich. Ich brauche den erst mal so ein bisschen, um den Rhythmus und alles vorzugeben und gehe jetzt mal so ein bisschen auf die Drums, damit ich ein bisschen mehr Gefühl kriege für den Beat. So lustig, dass man jetzt an deinem Style sich schon so voll dich, Lenz Butters, OG Kimo und so vorstellen kann. Einfach nur durch diese Melodie. Ja, ja, safe. Du brauchst nicht mal ne Kick oder ne Basslice. Einfach nur das ist schon direkt so fünf Rapper in meinem Kopf, die passen würden. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es auch geil, dass du das direkt so irgendwie so ein Bild vor Augen hast irgendwie, weil das sagt ja nur aus, dass ich irgendwie einen Sound habe. Hast du bei dem gesagt vorhin, dass das ne geile Snare wäre? Ne, ich glaube, das war die Kasse. Irgendwas mit Cash oder? Ja, 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 ja. Warte, hier. Ne, aber auch nicht schlecht. Genau, das Ding. Ich glaube, es war vielleicht in einem Cash 2. Irgendwo war es kürzer, also irgendwo kam es schneller. Aber es ist das gleiche Ding. Dieses Klacken war auf jeden Fall geil. Ich will aber auf jeden Fall jetzt dieses Wurmsch. Das ist geil. Der NS1 nimmt quasi Hintergrundgeräusche aus, wie eine Art auch Kompressor und Gate. Genau, der nimmt halt so das Rauschen so ein bisschen raus. So, kommen wir mal zur 808. Also, jetzt erst mal den Ton. Da mache ich immer das typische Spiel, ganz hoch pitchen oder hohe Noten spielen bei der A-Rate, damit man überhaupt die Noten trifft. Ist das schwierig? Die fängt nicht auf der 1 an. Die fängt so ein bisschen hinten an. Deswegen bringt sie voll den scheiß Gruffrad rein. Aber kannst du nicht einfach nach vorne ziehen? Klar kann ich, aber... Jetzt bin ich auf das A-Bahn gespannt, Alter. Ich mag den Sound dann nicht. Jetzt habe ich es vorgezogen. Also doch. Aber es ist keine Note, die mir gefällt. Ich bin jetzt nämlich gerade am überlegen, ob ich einfach die Tonart komplett ändere von dem Ding gerade. Klar, es war immer dieser Traum da, Musiker zu werden. Und natürlich auch irgendwie der Traum da, Superstar zu werden. Und bla, wenn man Jugendlicher ist, dann ist das das Ziel. Und dann wurde einem auch gesagt, du wirst der nächste Superstar. Und ich habe mich so in diesem Gedanken da so verloren, eben das zu werden, dass man irgendwie vergessen hat eben, weswegen man das gestartet hat. So ein Stück weit. In welchem Loch habe ich denn gesteckt, als alle über dich gesagt, oder ein Großteil über dich gesagt hat, du bist das nächste Ding? Nicht, dass ich dir das absprechen will, aber ich war voll drin eigentlich und habe dich aber, glaube ich, dann verhältnismäßig relativ spät erst gesteckt. Das Gerät über mich war viel Szene intern. Es war nicht so dieses, draußen hat jeder darüber gesprochen unbedingt. Ich bin nach Berlin gezogen mit diesen extremen Vorschusslorbeeren, die ich hatte durch mein Debütalbum, was ich 2011 rausgebracht habe. Indie, das hast du selber eigentlich gemacht. Das habe ich alles selbst gemacht. Und dann hieß es so, ich werde ein Superstar, der nächste Casper, whatever, bla, bla, bla. Keine Sorge, Mama, ich mache was Sicheres. Werde Rapper und wenig später mehr ja der. Ich war einfach im Film, ich war so, ja, Mann, das wird so krass alles und bla. Und natürlich auch die Gedanken, die du dann hast, so dieses, oh, ich habe jetzt erstes Jahr, dass ich irgendwie am Start bin, direkt so 100 Live-Shows gespielt, dreimal auf Tour gewesen, etliche Festivals. Nichts hat dagegen gesprochen, ne? Nichts hat dagegen gesprochen. Brands wollen mit dir arbeiten, Magazine schreiben über dich, alle sagen, du bist einfach krass, 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 krass. Kriegst Anruf von Labels, Managers, bla. Aber ich dachte einfach, das wird jetzt, bumm, und ab jetzt gibt es kein So mehr. Naja, und dann war es Ding halt, dass ich damals dieses Album gemacht habe, mich mies verkopft habe. Ich wollte auch so thematisch, bin ich voll weggegangen von mir und habe immer über die Generation gesprochen, die Welt und bla. Und ich wollte die großen Themen. Ich wollte Peter Fox Stadtaffe. Ich wollte, naja, ich wollte die Menschen bewegen und dass sich Leute meine Zeilen tätowieren und bam, bam, bam. Und das hat halt einfach ganz offensichtlich nicht geklappt. Das Major-Album war so out of control, was das anging. Und man hätte mir aber damals noch ein bisschen mehr Rookie Season gönnen können. Noch ein bisschen mehr so, ey, mach einfach, tob dich aus. Mach dein Ding. Ich habe parallel zu diesem Major-Album, habe ich, um meinen Kopf frei zu machen, das hat mir mein Management damals gesagt, so, ey, mach doch mal einfach ein bisschen Musik. So, einfach für dich. So, nicht für das Album. Und dann habe ich ein Mixtape gemacht, neben dem Album. Und dieses Mixtape habe ich in sieben Tagen gemacht. So, selbstproduziert, gemischt, aufgenommen, geschrieben, bla, bla, bla. Und das war halt locker easy. Das war so, komm. So, nachdem ich an meinem Major-Album 13 Songs zweieinhalb Jahre saß, das habe ich damals meinem A&R geschickt von Universal. Dann gab es so dieses Gespräch mit ihm zusammen, wo wir dann da saßen und er war so, ich habe dein Mixtape damals schon gehört, während der ganzen Entstehungszeit vom Album und fand das Mixtape einfach krasser als das Album, wofür ihr euch verkauft habt. Okay, und er bietet dir an, ey, wir können weitermachen, geringes Budget und lass das Ding als nächstes rausbringen. Ja. Und ich habe aber gesagt, nee. Warum? Ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr, Musik zu betrachten als ein Geschäft. Es ging mir in der Zeit auch einfach psychisch nicht so geil damit. Ich war gerade kurz vor meiner Tour, die katastrophale Ticketverkäufe so hatte. Und dann bist du nach dem Deal, hast du in dem Café angefangen zu arbeiten? Für mich ist dieses Café Ahorn total das Symbol für einen guten Abschnitt meines Lebens, weil keinen juckt es da, dass du Musik machst. Jeder war interessiert daran, die fanden das interessant, aber es hat mich nie auf den Podest gestellt. Gut, mal wieder den Boden unter den Füßen zu spüren, so ungefähr. Genau das, egal was war vorher und egal was sein wird, egal ob ich nach diesem Job hier im Café plötzlich Millionär, Milliardär bin. Am Ende des Tages ändert das rein gar nichts an mir als Menschen. Ludwig, du hast so einen 500-Euro-Schein hier, ich würde den gern zerreißen. Das machen wir gleich noch. Und kennst du diesen Messertest, wenn die so ein Blatt Papier nehmen? Ja. Kann man das auch mit dem 500er machen? Weil das Ding ist, das klickt bei 500 ganz anders. Das würde auch auf allen Seiten ziemlich gute Klicks geben. Das würde auch auf allen Seiten ziemlich gute Klicks geben. An den ganz krass vollen Tagen gab es immer einen hier, manchmal dann noch einen zweiten da und dann halt einen an der Bar. Aber so unter der Woche war ich dann alleine drin. Manchmal habe ich auch Kellner gleichzeitig gemacht. Ich war krasser, krasser Kellner einfach. Ich habe manchmal Bar gemacht, gleichzeitig Kaffee, gleichzeitig Kellner, Abrechnung, alles. Weißt du? Ihr wisst gar nicht. Ich bin kein Rapper. Es kamen öfter mal hier Leute her und haben dann auch so Meetings mit Künstlern gehabt. Es war natürlich sehr witzig, das zu sehen teilweise, weil ich selber das kannte. Du wirst von einer Plattenfirma zum Essen eingeladen, zum Kaffee eingeladen und dann sitzt du da irgendwie in so einem Café oder in einem Restaurant. Auf einmal war ich der Kellner in diesem Café. Ach, Ellen, was machst du denn hier? Und bla bla bla, ja, ich arbeite hier. Und ich habe mir selber vorgestellt, ich bin ein Künstler, der gerade mitten in der Plattenfirma in einem Café sitzt. Und dann kommt ein Kellner an und dann begrüßt derjenige, mit dem ich da sitze, vom Label diesen Kellner. Und dann frage ich danach, wer war denn das? Ah, das war mal ein Künstler bei uns. Ähm, was hätte ich dann gefragt? Ah, warum war Künstler? So, ja, lange Geschichte. Oh, warte, warte, ich benutze den ganz anders. Ähm, ich will einen Slide mit dem machen. Und werde den hochsliden lassen auf einer bestimmten Stelle. Ja, ja. Weißt du? Gib nochmal Schwung hinten raus. Tag, boah, hat's. Wegballern. Nimm du mal die Kopfhörer auch. Ja, ja, ja. Ich muss mich jetzt aufs Schlagzeugen konzentrieren. Das ist halt... Oh, shit. Das ist heftig. Das ist richtig... Überleg dir schnell eine Melodie. Ich pegel das so lange. Ich kann keine Melodie mehr ausdenken. Ich werde das so zerkatten, Bruder. Ich nehme das einfach auf. Ich schneide einfach mit. Das war eigentlich meine Grundidee, als ich den schon aufgenommen habe, den so als Percussion zu nehmen. Es gibt ja auch quasi die Mischung, ne, aus so perkussiven, melodiösen Sachen, wie so eine Clave, Cowbell, da kannst du ja auch quasi Melodie mit Rhythmus kombinieren. Safe. Ja, aber ist auch geil. Eine Sache will ich trotzdem ganz kurz noch ausprobieren. Den guten alten Halftime. Ich hab's gewusst. Das hab ich ganz am Anfang gesagt. Auf das Ding, was auf jeden Fall ein Halftime ist. Also mindestens für irgendeine Stelle, ne? Es kommt mies, nice. Ja, ja. Aber ich finde auch witzigerweise, durch diesen Sound, weil wir den Sinti und diesen Grundsound, der so tief war, nicht mehr haben, shiften sich auch gerade so ein bisschen die Rapper, wie ich mir darauf vorstellen kann. Es sind immer noch so ein, zwei vom Anfang drauf, aber jetzt kommen so ein, zwei dazu und ein, zwei sind weggegangen so. Äh, wo sind wir jetzt? Zugezogen Maskulin habe ich auf dem ersten zum Beispiel nicht gehört und höre ich jetzt ein bisschen mehr. Stimmt, ja. Nicht viel dort, aber weißt du, es shiftet gerade. Grimm, Testo, was geht ab? Das ist auch geil. Ich glaube, mit dem Sound kann man so geil automationstechnisch Sachen aufbauen, weißt du? Ja, der erzählt so schon die halbe Geschichte vom Beat, also wie gefühlt. Ja. Früher hat er so ganz viele drumlastige Sachen gemacht, die Drums waren immer krass bei ihm, aber inzwischen ist da auch melodieus einfach super krasser Scheiß dabei, so, wo man merkt, ey, wow, so der hat sich echt mies entwickelt, also mies im positiven Sinne. Oh shit, Noten und ich. Jetzt wird's melodramatisch auf einmal dann. Schon wieder ganz anderer Style, der jetzt sich öffnet, ne? Ja, ich mag das ganz gerne, wenn's dann irgendwann komplett switcht. Und jetzt suche ich einen Sound für genau diese Fläche. Das ist schön. Das ist schön. Das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz anderer Vibe, als wir ganz am Anfang hatten, ne? Also es ist plötzlich ein anderer Song. Kann man ein Mikro anschließen? Ja. Ja, ey. Yeah. Jetzt in dem Flow schnell was schreiben. Let me think. Eight bars. Was für eight, Digger, 16, straight Feuer. Bam. Gebe 100, du weißt es, gebe zu viel, ja, ich weiß auch, falle tief ohne Fallschirm, fliege hoch wie im Kreislauf. Und Gewinner sind die, die nicht andere entscheiden lassen, wer hier jemals verlieren wird. Ja, Digger, ich hab's gesehen, ja, ja, ich hab's gesehen, ja, ja, ich hab's gesehen, ja, 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 ja. Von außen habt ihr gerade nur gehört, meine klägliche Stimme ohne Autotune. Aber gleich kommt die Marke. Mit Zauberei ist auch Arzunjot ein stabiler Sänger. Nein, für mich ist ja echt so Autotune einfach ein Effekt. Für mich ist es weniger kaschieren, dass man nicht singen kann. Ich hätte den gleichen Part auch rappen können. Ja, 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 voll. So, weißt du, also das, ich muss das nicht singen. Aber, das ist ein geiler Effekt, kann man nicht sagen. Kann niemand haten, Freunde. Vielleicht werd ich nur ein Millionär, vielleicht verschwind ich bin niemand mehr. Schieb mir die Panik, geh nochmal zu scheitern, zur Seite, Beachtung gesehn ich werd. Sitz ist seit Stunden am Beat, ja, Richtung allen Problemen. Klingt auch ein bisschen eigentlich wie so ein Anrufbeantworter-Spruch, ne? Ja, bis ich, ich hab's gesehen. Weißt du, als ob du das beim Kumpel oder irgendwie so rauf, du könntest auch eigentlich so mehr Telefoneffekten noch draus machen. Ja, 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 stimmt eigentlich was. Vielleicht werd ich nur ein Millionär, vielleicht verschwind ich bin niemand mehr. Schieb mir die Panik, geh nochmal zu scheitern, zur Seite, Beachtung gesehn ich werd. Sitz ist seit Stunden am Beat, ja, ich bin alles, was du siehst, ja. Das ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, ne? Oder wenn du so die ersten vier Sätze und dann switchest oder so, aber... Ich find's gerade insgesamt geil. Wegen auch diesem Telefon, was abgenommen wird oder wieder reingesteckt wird oder so, da kannst du... Das ist eine geile Idee gewesen, Dicker. Ein guter Übergang vielleicht auch. Ich würd' den Song so enden lassen. Ach, ja, ja. Weißt du, so gut. Ja, ja, genau, das fand ich gut. Auf emotional, am Anfang so Brecher, bam, bam, bam. Vielleicht, um auch so genau zu symbolisieren, dieses nach Berlin ziehen, geil, sich fühlen, bam, 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 bam. Und dann so, das ist dann so dieses Stimme, die einem so sagt, so, Bruder, beruhig dich ganz schnell, weißt du? Jetzt will ich das Ding so hörbar ein bisschen zusammenbringen und dann nach Hause bringen. Geil, dann würde ich sagen, dann zeigen wir es jetzt mal Lev und hören, wie er es findet. Freunde, bei uns ist jetzt der Gude, Lev. Hallo. Straight out of the Internet hier, uns zugeschaltet. Ja. Du siehst fresh aus, alles schön schwarz-weiß. Ey, vielen Dank für das Sound sammeln, da hast du auf jeden Fall richtig geiler Scheiß bei. Ja, ey, hat voll Spaß gemacht. Hat voll Bock gemacht, kann man richtig kreativ werden. Was war dein Lieblingssound eigentlich so jetzt so nach dem Sammeln? Äh, ich glaube tatsächlich der Bombdrucker. Ja. Geil, Mann. Ey, dann lass mal reinhören, dann quatschen wir gleich nochmal, wenn wir es gehört haben. Okay, drei, zwei, eins. Okay, drei, zwei, eins. Okay, drei, zwei, eins. Äh, ja, äh, äh. Ja, 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 ja. Gebe 100, du weißt es. Gebe zu viel, ja, ich weiß es. Falle tief ohne Fallschirm. Fliege hoch wie im Kreislauf. Mache alles für die Ziele. Mache bis ich sie verdiene. Gebe wenig bis auf gar nichts, auf andere Digga, bis auf die Familie. Ja, vielleicht werd ich noch ein Millionär, vielleicht verschwind ich will niemand mehr. Schiebe die Panik hier nochmal zu scheitern zur Seite, Beachtung ist sie nicht wert. Sitze seit Stunden am Beat, ja. Ich bin alles, was du siehst, ja. Und Gewinner sind die, die nicht andere entscheiden lassen, wer ihr jemals verlieren will. Ja, Digga, ich hab es gesehen. Die Scheiße, die andere erzählen. Ja, ich schwere, die alles vergeht. Ich hab es, ich hab es, ich hab es gesehen. Start ist so schön, hab all dieser Fame. Bedeutend nicht mehr als das Marken geblieben. An der Uhr, an dem Auto, das Zahn dort sehen. Auf der Autobahn fährt Richtung all dein Problem. Ja. Richtung all dein Problem. Ja. Ich hab es, ich hab es gesehen. Ja. 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 Wow, ey. Krass. Gefällt es dir? Bro, mit diesem Beat-Switch, mit Power-Ansage hab ich es nicht gerechnet. Wo kam das her? Nee, war krass. Am Ende kam der Bon-Drucker ein bisschen, oder? Im Hintergrund. Der ist in dem ersten Drum-Dings drinne. Im ersten? Okay, krass. Hab ich nicht rausgehört. Ich hab aber, glaube ich, das Messerschärfen, runtergepitcht und Metall und so. Das war ja sehr oft drin, ne? Das war Messerschärfen? Ja. Okay, alles klar. Das hab ich gecheckt auf jeden Fall. Aber krass, ich dachte, du machst da einfach Beat. Ich wusste nicht, dass das ein Song wird. Ach so, das wusste ich auch nicht. Wie lange hast du das insgesamt jetzt gemacht? Ja, vier, fünf Stunden. Vier, fünf Stunden. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall ein amtliches Ergebnis. Was am schnellsten ging, war auf jeden Fall der Text. Ja? Ja, das war eine Viertelstunde oder so. Das war krass. Ja, zehn, fünfze Minuten. Ich find's richtig krass, Alter. Danke dir, Bruder. Danke dir. Heftig, heftig. Dein Ego darf sich geschmeichelt fühlen, denn du hast es heute auf jeden Fall bewiesen, was du auf dem Kasten hast. Gratis. Ey, tausend Dank. Ihr wart die perfekten Gäste, habt perfekt Abgeordnete für die Library. Die Leute können es natürlich wie immer runterladen, hier unten in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten auch in diese wundervolle Folge mit A zum J. Die Sounds könnt ihr wie immer hier unten runterladen, was Geistes draus machen und uns schicken. Musik at kliemannsland.de macht was Gutes draus. Wir sind sehr, sehr gespannt. Den Podcast zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch hören auf Spotify, Apple Music, ARD, Mediathek und so weiter und so fort. Und für Sounds of mit Josie Miller klickt ihr hier oben und für Lams Butters bei Germania klickt ihr da.